Wie lange nicht mehr, ne? Piratenmacht, ja, mir ist das egal, kann man machen. Ich wäre aber auch noch mal für Party für Eishockey. Also, wenn, aber wir können auch Party machen, weiter. Okay, dann machen wir halt Eishockey. Immer so zum Abschluss. Ja, ich muss auch dann mit essen, gleich. So, dann. Auf, auf. Oder soll ich denn nochmal, ich habe nur den Puck ein bisschen kleiner gemacht, oder soll ich denn nochmal? Das ist mir egal, wie du möchtest. Okay, gut. Dann, let's go. Haben wir hier schon mal Eishockey drauf gespielt? Ich glaube nicht, oder? Alter Auflauf. Ja, gerade noch, wie du schon mal gespielt hast. Weißt du, okay, Modus. Nach dem Früstesten von der letzten Folge denke ich mir, dass wir heute jetzt gerade mal wieder ein bisschen Abwechslung brauchen. Ich glaube, das müssen wir neu starten, oder? Ja. Ich mache mal aufgeben. Ich kann nicht mal aufgeben, wie er sagt. Nee, schon. Ach doch, doch. Ach Gott, das ist... Also, ey. Ich glaube, das geht gar nicht als Eishockey. Ich glaube, das geht gar nicht als Eishockey. Wir versuchen es aber nochmal. Posten, ja, nur mit Einladung, ja. Einladung. Hast du? So, jetzt habe ich mich eingeladen. Komm, dann los. So, dann versuchen wir uns doch mal. Hoffen wir mal, dass es jetzt geht. Ja. Ja, jetzt scheint es zu gehen. Ach. Nein, 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 nein. Nein. Ja, leck mich doch. Ich bin wieder runtergefallen, natürlich. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Sieben Schläge. Nein. 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 Kein Hole-in-One. Fass. Fass. Fass do-in-one-gesetzt. Nein, er werbt mich ab! Der Sack! Hätte er mich nicht abgewehrt, dann hätte ich ein Roll-in-One sogar geschafft damit. Ich komm nicht durch. Das sah geil auch. Ja, sie kommt durch, es bleibt dann hier, Satter, komm mal. Der Peng. Nein! Ja! Sorry. Oh ja, komm mal hin. Was verpackt denn jetzt gerade? Ups! Ich komm nicht durch diese scheiß Räder da durch. Langsam und gerade. Geht doch. Geht doch. Und dann wehrt er mich ab. Der Sack. Acht Schläge. Oh, fast nein! Das ist fast ein Roll-in-One. Das ist fast ein Roll-in-One. Das ist fast ein Roll-in-One. Ja, fast. Was ist das bei dir? Ich packe hier fest. Ich kann nicht sagen. Jetzt. Jetzt. noch ein bisschen. 0,0 oder so. Noch ein Tor. Nicht schlecht. Oh, auch zwei. Jetzt haut Baby uns alle weg hier auf der Map. Das ist doch eine Abkassung, ne? Die komme ich nicht in den Winkel. Ich bin unter die Map gewackt, du fucker. Ich komme ins Tor, bin jetzt unter dem Wasser. Okay. Ich frag das gar nicht nach. Fuck! 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 Ich hab von dem Winkel fast noch getroffen. Ich bin genau zwischen ein Pfosten und der Tor heute dann draußen. Ah! Pfosten! Da hab ich aber auch, genau da hab ich auch versorgt, was versorgt. Schon wieder Pfosten! Ach! Ja, der hat gehalten. Da sind ja jemand drüber. Schon wieder Pfosten. Jetzt kann ich nicht schlagen. Jetzt! Ja, das war da doch nicht so. Das ist schon versorgt. Na, der spielt bis jetzt so ein guter Erwachsener. Die ersten fünf Löcher waren sehr, sehr gut. Und natürlich genau in die Lücke wieder zurückgeschrieben, ist ja klar. Zwei Schläge. Yay! Schön, melhores versinken. Jawoll. Sehr gut. Das war gar nichts! ja doch das ist ja möglich gewesen mit viel kraft ich hatte gehofft dass alle zwei zwischen dass ich nichts gerne Ah, hier ist der Wal-Ride. Nein! Komm fast hin geblieben! Das wär Burgi gewesen. Ich glaub's ja nicht. Bogey. Ein paar Mal ja nicht wär's gewesen. Ach so, da war das Tor. Setz dich ja da rein. Alles gut. Oh, Baby. Hat dich der Lebkuchen-Mann aufgehalten? Der Lebkuchen-Mann? Na, guck dir das doch mal! Der ist ja rüber. Der wäre ja braun, aber das ist kein Lebkuchen-Mann. Okay, jetzt kann ich dich nicht schlagen. Weil wir, glaub ich, ziemlich ineinander kleben. Du hast zum Hacker. Hast du die Strafe wieder? Marco, ich kann nicht schlagen. Ich kann nicht schlagen. Mann! Aggressions Jawoll! Ja komm! Jetzt ist ja weg! ja hör die wenn der moment ist ja weggegangen das ist das gute so konnte ich ich will mir nicht versenken zwei schläge ja wohl zehn schläge nein spieler neben dem appell ich glaube es ja nicht nach der sonne karte und ins nein da wird er mich noch ab der sack bogey ich wollte ja außen rumgehen natürlich wehrt mich der abbeispieler ab ich komme durch leck mich doch am arsch nee doch w bogey ich hab dann meine kaxe mit drei ab ich verkack sie gerade total jetzt und er wird mich ab jetzt fünf schläge drei wird eigentlich eine neue wandung gewesen naja das ist irgendwie gerade du musst ein bisschen links haben und nicht allzu stark bisschen verpackt leider läuft die zeit trotzdem runter ja das ist ärgerlich das schmeißt gerade so ein bisschen die beplanung runter das war zu doll mit dem sombrero dazu das boot und der sombrero das ist auch ein kackwinkel muss ich ganz ehrlich sagen und dem baby da hat ja da haben wir sind doof alles gemacht nein muss ich wieder zurück die kanone hat mich gar nicht geschossen was das für ein mist hoh hoh, das hat die feste hoi jawohl ich bin gerade durch die rampe geglitscht ja und schon wieder ich komme nicht weg ja die besangen man das jetzt mal da liegen wo ich hin will das wird nichts weil er immer wieder weg ist es von der genau da die balken dürfte ich habe immer dann die balken damit ist die runde für mich durch ja ich frage ich dann unter der web weiter spielen jetzt nicht durchgefallen ist klar warum darf ich nicht darum weiterspielen ich komme gar nicht weiter ja so ging es mir gerade auch ich falle klingelt durch den boden und fisch sauber versenkt er von der ecke okay passen wo auch baby immer um die jetzt schauen also die map ist echt katastrophen gerade abgewärts über geht doch neuen schläge war 8 kev gewinnt das hier am ende ich muss aber auch erstmal durchkommen ja es ist aber trotzdem unfair wenn ich ehrlich bin wenn er mich als ecke geblieben das ist nicht von der zwei bank für sich verarscht ich habe zwei drei weniger gewesen ist hier locker auf drei bei dinger gehen können hat den zweimal abgehalten nein Nein! Ha! Ey, nee. Ey, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Ey, schon wieder, das ist doch, ey, nee. Jetzt weißt du, wie es bei mir auf Raumstation ging. Das war's. 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 Jawohl, Glück gehabt. Sehr schön. Und jetzt schön oben links ins Eck. Komm, Akos, du machst das Ding. Tschö. Sechs Schläge, naja. Drei. Glückwunsch, Kev. Ich muss die Map auch erst mal zu Ende spielen. Ach, Fakten. Warte mal. Doch, das geht. Ja, taft. Ich hab' rausgefahren. Ja, ich bin rausgegeben. Komm, komm. Jawohl. Ego. Ja, Birdie. Lacku Caraccia. Lacku Caraccia. Komm, wir darf an sie denn schön versenken. Oh, nein, das war bisschen wenig. ich habe ja so ein pack sie landet eigentlich immer auf der fläche aber ins wasser gepackt ja das ist scheiße definitiv was hängt er noch nicht an und ich war jetzt doch doch schon gerade ich dann kann ich schlagen weil ich eben aber ich werde war nicht an dem kreifarm vorbeigekommen von dem in der krake sonst wäre es durchaus rund gewesen komm komm ha schade sonst was jetzt was ist los baby wiederum da war wie immer so ein bisschen bei dir na ja 80 punkte das war gegen das ist auch die eine naja fast gut das nächste mal spielen wir jetzt das war da auch mal ein bisschen abwechslung bekommen würde ich sagen ich weiß nicht ob dann sabrina auch mal mit dabei ist ja immer noch so ein bisschen aus privaten gründen gefehlt ich hoffe dass sie zumindest bald immer mit dabei ist aber ja alles gut naja sehen wir uns an der nächsten folge